Arbeck, Arbeck, Arbeck Wann fällt das 4 zu 0? Wann fällt das 4 zu 0? Du bist ein arroganter Wichser. Was? Jetzt fragst du noch, du Penner. Du warst Katja. Und dann stehst du hier rum und feierst dich, als ob nichts gewesen wäre. Guck doch nicht so scheiße. Du stehst hier rum mit deinem riesen Dödel und fragst dann auch noch so blöd, ob Lilly nicht auch noch kommen wollte. Mann, ich hab euch gesehen gestern. Was hast du denn gesehen? Dich und Lilly. Was noch? Mann, ja, ich mag Lilly. Ich mag die. Ich mag die sogar sehr. Weil die eben nicht so ist wie all die anderen Mädchen. Die sind mir nämlich alle scheißegal. Ich steh nicht auf Frauen. Das kann ich echt nicht glauben, dass eine Frau wie Lilly sich in Schwachmaten mit dich verliebt. Andi, Alter. Merkst du noch was? Alter. Ja. Mein Shampoo? Lass mich nicht stören. Anni, wünsch dir die eine gute Reise von mir, wenn du sie noch siehst. Oh fuck, warte, 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 ich komme.